Das wird jetzt für einen großen Skylander wie dich ziemlich einfach. Du musst bloß 100 Gegner besiegen. Hm, vielleicht ist das doch zu leicht. Machen wir es doch spannend. 100 Gegner in nur ein paar Minuten. 3, 2, 1... Noch 2 Minuten. Zur Hälfte geschafft. Noch eine Minute. Hälfte Herausforderung abgeschlossen. Gut gemacht. Wow, hätte nicht gedacht, dass du das drauf hast. Aber du hast die Herausforderung angenommen und warst...